herzlich willkommen auf meinem vlog kanal normalerweise ist es ja immer so dass ihr mich beim spazier gehen gehen seht und wenig von der umgebung ich habe mir gedacht sieht jetzt einfach mal schön aus sehr schön aus das muss ich einfach mal festhalten hier ist übrigens mein kleiner hund und wunderschön und ja also mir kommt sofort ob die welt stehen geblieben ist die letzten tage war ja jetzt vor weihnachten alles sehr dynamisch alles sehr schnell sehr hektisch und jetzt die weihnachtstage da hat man die familien besucht und so weiter und schon da ist es alles sehr langsam und jetzt die tage bis neujahr die ziehen sich auch sehr schöne zeit um ja um sich gedanken zu machen über das vergangene jahr um ja pläne zu schmieden für die zukunft um spirituell zu wachsen und ja das ist auch das erste mal dass ich mir urlaub genommen habe über die weihnachtstage bis in das neue jahr hinein und ich glaube das werde ich jetzt jedes jahr machen weil ich finde die welt ist dann einfach diese zeit nicht so schnell man kann alles wirklich ruhig angehen lassen was man ja sonst eher nicht so kann also das werde ich nächstes jahr auch auf jeden fall so machen und ich werde mir demnächst mal so paar vorsätze vornehmen was ich im nächsten jahr macht was ich im nächsten jahr vorhabe vielleicht auch hier zu diesem youtube kanal und ja wenn ich mir vorsätze jetzt für das für youtube zum beispiel mache kann ich ja darüber auch ein video machen und ja das wäre es soweit schreibt mal in die kommentare was ihr so viel vorsätze habt ob ihr urlaub habt wie ihr die zeit bis neujahr jetzt verbringt es wird mich mal interessieren und dann sehen wir uns im nächsten video schreibt mal in die kommentare was ihr so viel zu sehen und dann sehen wir uns im nächsten video ja 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 ja